meine damen und herren herzlich willkommen zu einer weiteren folge im ls 22 auf der nordrheinischen marschierfach am dienstag einen wunderschönen guten morgen meine damen und herren wenn der finger oben ist muss ich euch was sagen heute abend meine damen und herren heute abend 20 uhr startet der neue dv der feldversuch er ist wieder da diesmal in der limit ausführung das heißt dv limit ich sage ich kurzen war kurz guck mal hier so sieht das aus dv limit meine damen und herren ab heute abend circa 20 auf twitch wer alle mit dabei ist habe ich gestern schon aber über instagram verlautbart einfach da mal nachgucken ansonsten mache ich heute noch mal einen kleinen reminder auf auf instagram aber wie gesagt heute abend es lohnt sich seid gerne mit dabei wir werden viel spaß haben hoffentlich und ich habe echt vermisst wir hatten jetzt ein paar also wirklich eine lange zeit hat man jetzt ohne dv es war gut es hat mal glaube ich eine kleine pause gebraucht aber ich freue mich umso mehr dass es jetzt wieder weiter geht sage ich euch ganz ehrlich sage ich würde ich ganz ehrlich so wir fangen an es gibt wieder einiges neues der liebe micha war wieder sehr fleißig herzlichen dank nochmal an beide mich aus der bg modding schmiede herzlichen dank wir haben wieder fleißig gearbeitet na sagte christi guten abend mit nackten fingern zeigt man nicht auf angezogene leute und jetzt nicht gesagt du hatte ich weiß ja nicht dass du angezogen bist wer sagt mir dass du nicht nach nackt vom bitte ruhe jetzt so warte wir müssen jetzt mal gucken und zwar habe ich wieder einige neue sachen bekommen also ich weiß nicht aber ich kann mich ich kann mich damit anfreunden hier nicht groß weiß du nicht groß mit den farben die ich halt so momentan so gerne gerne mag kam das ding in meinen in meinen post fahren und ich mir dachte ja 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 einfach ja aber auch hier mit den anbaugeräten ein favorit ist tatsächlich er hier in der für die sehr schmackhaft sehr schmackhaft für nie die ist so weit sind wir noch nicht wir brauchen noch kein kennzeichen wir werden diese woche die bga kaufen das habe ich euch versprochen das machen wir die woche aber nur damit ihr wisst wo wir sind übrigens ein alter bekannte also naja so kann ich nicht sagen aber er hier ist es auch da wurde sich auch in den kommentaren sehr gewünscht dass wir von den standardfarben weggehen und uns da ein bisschen anpassen hat die bg modik schmiede auch übernommen meine damen und herren also da noch mal ganz herzlichen dank an den micha und an den micha und dann so ein paar andere leute die immer wieder bock haben da ein bisschen arbeit reinzustecken danke euch vielen vielen dank die werden wir im laufe der woche wahrscheinlich tauschen vielleicht auch nächste woche vielleicht auch nächste woche gucken wir mal bmg fan dankeschön für 28 monate und der bernd bernd das brot nee quatsch bernd dankeschön für 23 monate vielen vielen dank so hier drehen wir noch mal ein bisschen hoch damit auch ein bisschen motorsound hören sondern gebote gucken wir gleich rein wir haben einen drescher wir haben einen pistonrautenplan ein pick up so ein holzding also eigentlich nichts was wir brauchen nichts was wir brauchen vor dem her können wir das richtig easy angehen so hier auf diesem feld meine damen und herren habe ich den schwader losgeschickt ich habe die ballenpresse losgeschickt und jetzt werde ich direkt den abfahrer los schicken weil was wir haben haben war fällt 48 ist das fällt 48 muss zum tier bedarfshandel das heißt wir werden jetzt jetzt so mal oh warte mal wie war das jetzt noch mal muss ich tauschen brauchst du noch kalksträuer umfärben okay machen wir so micha mal kurz atmen du oh die leute gönn dir gönn dir gönn dir so wir fahren jetzt hier mal drauf so dann machen wir mal so abfahrerfeld 48 ist richtig so müssen zum tier bedarfshandel das ist wichtig uns fehlt nicht mehr viel guck mal nach rechts oben 1 also 150.000 euro ungefähr brauchen wir noch das lüft also das passt ist vollkommen in ordnung hat bringen wir hin das bringen wir hin so ist es alles richtig eingestellt wir machen das hier an wir machen das hier an und dann gucken wir mal was er macht ne warte ich muss anders machen ich muss ne quatsch halt stopp beruhige dich so müssen machen alle üblich 53 hat er schon gefunden wir lassen einfach mal arbeiten wir lassen einfach arbeiten später noch mal nach ein ballen möchte ich nur sehen dass er drauf liegt sehr gut so hier haben wir schon die habe ich gar nicht um das kinder kam einfach so raus jetzt mein gott bist du ein hübschi weißt du was wo welchen feld sind wir denn hier gerade wo ist das groß wo sind wir denn hier 77 also die letzte woche schon abgebrochen oder abgeschlossen lass den mal zum händler fahren wir können noch ein bisschen lack drauf werfen glaube ich noch ein bisschen lack drauf werfen händler 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 wo ist händler verkaufsstelle hof hat jemand meinen händler gesehen tankstelle nehmen wir den noch kommen ist egal das ist düngerstreuer ja gut aber den können wir ja auch ne wir müssen da nur ein fahrkonzept finden was uns was uns zuspricht mal gucken lieber ein bisschen lieber den puffer aufbauen wegen den helferkosten das stimmt das stimmt wir müssen uns ein bisschen aber jetzt mal ganz ehrlich meine damen und herren ich habe ich habe nachrichten bekommen ich habe kommentare bekommen ich muss noch mal der stelle sagen ich freue mich für jeden kommentar ich gucke mir wirklich jeden kommentar an schreibt unbedingt mehr kommentare wirklich es würde mich extrem freuen wenn wir ein bisschen mehr kommentare und müsste mehr daumen nach oben bekommen würden auf die videos würde ich mich sehr darüber freuen weil da weiß ich auch wirklich dass es gut ankommt aber jetzt sind wir mal ehrlich dieser blick hier dieser view in ihr so ihr habt mit dem bäumchen das ist doch schön das würde ich jemanden geben der mann bäumchen kritisiert hat na ich verstehe das nicht er ist doch wunder hübsch ist das doch du na ja so domenik dankeschön für 19 monate er neben dankeschön für 21 club angeschön für 25 herzlichen dank und danke auch für die ganzen folgen natürlich herzlichen dank so wir müssen wir müssen jetzt mal gucken ich weiß gar nicht mehr wo wir waren was ist passiert ich ist wieder eine woche her ich weiß es nicht so was ist hier passiert hier haben wir glaube ich gestriegelt das stimmt aber ich wollte noch mal betonen dass es mir ganz gut gefällt also der frage guten namen gute namen so was ist mit das ist hier passiert lass uns da mal lass uns da mal bist du fertig ach du bist fertig okay was braucht dieses feld unkraut ach da müssen wir doch mit gift drüber da war die geschichte da müssen wir glaube ich mit tief drüber da ist noch unkraut drauf ich habe gedacht mit dem schriegel ist weg aber es gibt wohl so ein paar unkraut stufen die die nicht weggegangen sind okay dann müssen wir mit der spritze drüber juckeln das ist halt so dann räumen wir den mal weg dann holen mal gleich die spritze und dann gucken wir mal ne gute spritze nicht verkauft hast das stimmt das stimmt also man hätte sich auch eine kaufen können jetzt wieder das wäre nicht so das problem gewesen aber du hast prinzipiell recht gut und sind nicht verkauft haben jetzt brauchen wir sie wieder ne jetzt werden wir das ding aber mal wasch gehen nochmal wieder abstellen dann gucken wir weiter na hake geht auch hake habe ich aber keine und ich würde tatsächlich bevorzugen dass ich das mit dem gerät mache dass ich habe so muss ich formulieren hake steht dabei hake steht dabei es so ein paar sachen sind weggegangen also es war so gerade in der schwebe zwischen hacke und striegel aber es war leider zu wenig ich habe mir gedacht das ist was für eine anzeige unten links welcher mord wo ich weiß gar nicht wie der heißt lieber die wir modding beauftragte wie heißt der mod den ich unten links habe das ist ein inspector mod aber ich glaube der simple oder einfache inspektor ich weiß nicht wie er ist der hat so einen speziellen namen wir werden es bestimmt gleich haben weg inspektor ja aber das ist ein spezieller das ist kein es ist nicht der normale vehicle inspektor simple inspektor so ist richtig dankeschön das simple inspektor ist das ich habe die gestrige noch gar nicht gesehen schande für mich jetzt aber 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 wo dich und ich doch sage mal du der container ist königlich aber sowas von aber sowas so den schriegel stellen wir wieder in die ecke wurde dann wahrscheinlich wieder 37 folgen rumschimmelt aber das ist nicht so schlimm haben ist besser das braucht meine damen und herren so den parkmann die garage dann holen wir uns die spritze und dann wollen wir gleich los spritzen du wieso machst du keine schriegel mission es ist keine schriegel mission da aktuell wir können mal kurz gucken was mittlerweile alles da ist ist ein negativer punkt allen pressen ballen pressen ballen pressen sind wir jetzt schon auf zwei feldern dabei würde ich jetzt nicht übertreiben weil das immer nach hinten losgeht düngen werden mission da die könnte man annehmen die nehme ich jetzt auch an ernten sind einige missionen da das könnte man auch an dem wenn ich freie fahrzeuge habe das muss man gucken wir haben grobern 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 die könnte man auch annehmen bin ich bin ich bei euch und dann aber eine seemission das ist weiß kohl und ich glaube weiß kohl wollten wir nicht machen irgendwie so war das so und mehr ist mission sie nicht da also zum beispiel striegeln habe ich gar keine mission da aktuell ja so dann gehen wir mal hier weiter dann holen wir gleich die spritze weil ich glaube ich mache jetzt so ein bisschen nacheinander die sachen das so über mit tür über tür und angel aber lieber lieber live stream chat die wir leute bei twitch schaut euch gerne immer wieder links unten die anzeige an und sagt mir bitte wenn euch was auffällt wenn irgendwie ein fahrzeug steht oder wenn ihr glaubt dass es irgendwo eine kollision gegeben hat dann sagt das bitte ich gucke da nicht immer drauf deswegen habe ich euch ihr müsst ja auch euren teil zu beitragen hier könnt nicht nur gucken das geht nicht ihr müsst auch ein bisschen mitarbeiten und bisschen zumindest das kann aber nicht funktionieren werden so wir mit dem flüssig dünger drin das nicht so gut wir müssen da was anderes reinmachen wir müssen da was anderes reinmachen es kommt natürlich die spannende frage wo mache ich jetzt den flüssig dünger hin wobei 3150 liter ist jetzt überschaubar viel das können wir glaube ich hier draußen einfach ausladen ja zwei pickpacks hat mir noch gedacht wo haben wir denn wo haben wir denn den dingens reingemacht herpesit weil ist es hier drin nicht lese es nicht wo haben wir das herpesit reingemacht ich weiß es doch nicht mehr alex don gerne auf instagram nachgucken da siehst du das ganze hier vorne für sich kein ziel ist es auch nicht drin doch herpesit aber nur 1000 liter haben wir nicht mehr gehabt davon okay dann mal 1000 liter so gerne alex kein problem so der fährt auch nicht mehr müssen wir mal nachgucken also nicht gleich aber müssen mal gucken warum das daneben genau da vorne haben wir noch eine pc tank hingestellt na so warte mal da fahren wir noch ein stück vor da stehen wir noch ein stück hin vor nicht so dann nehmen wir ein herpesit mit und dann ist gut dann nehmen wir zuerst nee jetzt habe ich zuerst den tank inhalt genommen ich bin auch so ein natur talent oh hier könnte ich es aber überladen tatsächlich das ist geil und kann ich euch nicht mitnehmen ach guck mal da hat sich jemand das ist ein falscher der ist richtig das ist ein falscher 50er da vorne guck mal das ist flüssig dünger aha erwischt erwischt habe ich ihn so mach dir danke dir für 24 monate zwei jahre schon hey vielen vielen dank dir dankeschön 400 leute da alter falter herzlichen dank so warte mal wir fahren mal vor fand ganz vor würde ich sagen ich die ist der pappel automat noch unterwegs das weiß ich jetzt gar nicht müssen gleich mal gucken kriegst du grüß dich einen wunderschönen guten abend und natürlich einen schönen wochenstadt an die ganzen leute die ich noch nicht eine schöne wochenstadt gewünscht habe grüß euch hallöchen püppel schön mal auf den kübel ich weiß nicht ob das reicht könnte man irgendwo könnte man wahrscheinlich beim landhandel irgendwo noch ein bisschen herbezieht holen gibt es eine gifeproduktion wo das weiß ich dass ihr jetzt nicht da bin ich immer fragt das kann ich dir nicht sagen weil dies nicht weiß so wir fahren jetzt mal ein paar meter damit wir mal so ein kleiner referenz wird finden können tun so passt sie ist man auch direkt nach hier diese weißen finger in der mitte und hier nichts mehr so dann machen wir hier mal einen kurs zwar vorgewendet ist das ding eh leer also nicht leer aber rum so hat dies fast gesagt du könntest auch einen tank bestellen kaufen das stimmt das könnte man auch machen so nur so ein unendlichkeitstank das wäre auch eine variante hast du recht da lassen wir den mal fahren und dann gucken wir mal machen wir noch eine kleine runde willst du das welt noch das feld noch walzen kann ich es jetzt noch walzen oder ist es schon zu sehr gewachsen meine damen und herren es könnte nicht sein dass es schon zu toll gewachsen ist aber ansonsten könnte man walzen wird auch noch mal so ein bisschen was bringen nicht viel ich glaube es ist wirklich minimal aber es ist zu spät ja ich habe gedacht wenn wir jetzt rüber fahre war ich alles noch mal dort das kann ich machen so wo wollte ich dich in den schicken oder kamst du gerade von irgendwoher ich muss noch mal gucken so weit haben wir denn auf die man haben einen auf die drei drauf gemacht haben im wachstum gedüngt okay das passt da können wir erstmal nichts machen oder brauchen erstmal nichts machen nach dem sinn geht das noch oder nach dem sinn geht das aber hier zum beispiel bei den pappeln wird es nicht angezeigt das heißt hier ist nicht von nöten könnte vielleicht aber auch mit der sehmaschine zusammen das weiß ich jetzt nicht so wir haben die sieben da fährt gerade was da ist glaube ich der stein sammler unterwegs wenn ich es richtig in erinnung habe genau hier werden steine gerade gesammelt das dauert noch ein bisschen dauert noch ein bisschen aber da sind wir auf einem guten weg und auf der zwölf da wollte man glaube ich auch noch mal was machen wollte man auf der zwölf die pappeln machen oder auf der sieben ich weiß es nicht mehr glaube wir hatten gesagt auf der sieben keine pappeln machen wegen den gräben was habe ich da noch im köpfchen was mir gerade so läutet zwölf pappeln dann lassen wir den hier drüber juckeln kommen dann holen wir uns den großen und dann machen wir das gleich in dieser folge noch das sagt gut nicht viel dünger auch nicht viel naja gut oder meist für die bga ja das hat noch das ist noch jetzt nicht so schlimm weißt du wir können auf der sieben auch meist drauf machen im häxler geht das geht das fit wir fahren mal zur sagt produktion ja ich möchte noch ich möchte noch ein pappelfeld machen tatsächlich ich möchte noch als er möchte wirklich zwei pappelfelder haben ob das eine gute idee ist weiß ich nicht aber wenn ich wagt er nicht gewinnt und wir müssen einfach mal ein bisschen probieren meine damen und weißt du für mich machen auf die sieben meis und auf die zwölf haben wir ein pappeln drauf dann ist das wieder in ordnung so sagt gut haben wir noch ein bisschen rein 1,7 millionen ein bisschen reinkommen das stimmt das stimmt aber wie gesagt wir haben ja auch einiges unterwegs momentan das darf man auch nicht vergessen und den grubber werde ich gleich wieder los schicken das machen wir alles gleich ich möchte nur ganz fix den hier los schicken da wurde ich auch ein bisschen ich mache das jetzt auf weich wobei ich glaube er wird auch auf scharf ausschaffen ist aber nicht so schlimm das würde es dass das passt schon das ist okay das ist okay so der fährt jetzt auch ab pappeln sind drin was hast du mit der pappel vor ich brauche die nur für die produktion für hackschnitzel weil tatsächlich die wir haben zu wenig hackschnitzel wir bekommen von den produktionen zu wenig hackschnitzel runter deswegen will ich meine gute menge pappeln machen beziehungsweise hackschnitzel damit ich die schon mal auf lager habe und die immer so ein bisschen als puffer reinballern weißt du das ist so die idee dahinter ob das eine gute idee ist mal gucken so meine damen und herren was aber auch eine gute idee ist ist auf alle fälle diesen youtube kanal zu abonnieren wenn ich es noch nicht gemacht habe und natürlich einen daumen nach oben zu lassen wenn er es noch nicht gemacht habe da würde ich mich darüber freuen wenn ihr möchtet sehen wir uns bereits morgen wieder zu einer weiteren folge hier auf der nordfrästischen marsch vielfach gut mich sehr freuen wenn ihr dabei seid und nicht vergessen heute abend tv-start ich freue mich wie bolle wir sehen uns morgen macht's gut